Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der eine oder andere hat mitbekommen, dass ich kaum noch aktiv bin in letzter Zeit, kaum bei meinen Abonnenten vorbeiguckt, kaum Videos hochgeladen habe, aber es wird sich jetzt alles wieder ändern, tut mir leid. Aber ich hatte nicht viel Zeit, Arbeitsstress, privat ein bisschen was hier, am Haus zu tun und so weiter, aber es wird wie gewohnt jetzt weitergehen, es wird weiter Let's Plays geben, alles wird kommen, wie ihr das von mir gewohnt seid, ich mache weiter, wie bisher. Und ja, es wird weiter noch das Let's Play Game von Resident Evil, Lego City Undercover und ein paar neue Projekte, Tutorials, so wie ihr das von mir kennt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ich habe gesehen, ihr unterstützt euch trotzdem, schaut wieder mal vorbei, hin und wieder schaue ich auch mal bei meinen Abonnenten vorbei, aber ich werde es jetzt wieder ein bisschen intensiver tun. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich ein bisschen inaktiv war, tut mir leid, aber Real Life geht nochmal vor, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.